Es ist der Haushalt der Schmerzen. Der Nothaushalt, den die Bundesregierung jetzt verabschiedet hat, da gibt es nichts zu beschönigen und die haben das auch gar nicht erst versucht. Und es hat jetzt zwar keine rituellen Selbstmorde gegeben auf dieser Pressekonferenz neulich, aber der eine oder andere war wahrscheinlich schon kurz davor. Oder wie die Tagesschau geschrieben hat, Wirtschaftsminister Habeck und dem Kanzler war nicht nach Scherzen zumute, das sah man ihnen an. Aber abgesehen davon, dass sich doch den Haushalt jetzt für viele wirklich viel verschlechtert, aber was sagt uns das jetzt darüber, wie das gelaufen ist und was sagt uns das auch, wie Deutschland gerade dasteht? Unglaubliches spielt sich ab vor unseren Augen. Ein historischer Augenblick. Nicht, weil der Bundesregierung jetzt ihr Haushalt um die Ohren geflogen ist, sowas passiert schon mal, sondern weil wir plötzlich eine Bundesregierung haben, die spart. Aber warum tut sie das? Weil sie es muss. Bis jetzt war ja immer alles wunderbar. Die Ampelregierung hat sich zur Schuldengrenze bekannt, sie war grundsolide, aber gleichzeitig es war trotzdem immer genug Geld da für alles. Für die Klimapolitik, für die Strom- und Gaspreisbremsen, für das Militär und so weiter. Jede Menge Geld dank Sondervermögen. Und die Illusion ist jetzt aber geplatzt. Und die Ampel war dann auch ziemlich lädiert. Hier haben wir die Ampel links und das große Objekt rechts, das ist das Bundesverfassungsgericht. Die Ampel ist jetzt eben überholt worden von der Realität in Form des Bundesverfassungsgerichts. Und im Zuge von diesem Überholvorgang, da hat sie dann leider auch ein bisschen was abgekriegt. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, nochmal ein Wort des Dankes an Sie. Am Wochenende, da hat mein Kanal zum ersten Mal 30.000 Abonnenten gehabt. Die magische Hürde, die ist jetzt also für mich überwunden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es für die, die noch nicht abonniert haben, zu spät ist. Es gibt immer noch ein großes Abo-Kontingent hier. Dazu müssen Sie einfach nur hier runtergehen, kurz. Und gleichzeitig ist es heute aber auch mein 400. Video. Das ist jetzt also ein Doppeljubiläum. Sie sehen schon, Sie kriegen hier auch was geboten für Ihr Geld. Aber man kann es eben auch nicht oft genug betonen, ohne Sie gäbe es diesen Kanal hier nicht. Darum vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie dabei sind. Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Die alte Bundesregierung, die hat sich ja wegen der Covid-Pandemie riesen Sonderkredite genehmigt. Und die sind aber gar nicht alle verbraucht worden damals, vor ein paar Jahren. Und die hat sich dann aber die neue Bundesregierung dann gekrallt und hat die verschoben in den Klima- und Transformationsfonds. 60 Milliarden Euro. Und Sondervermögen, das klingt ja immer super toll. Also wenn Ihnen jetzt jemand erzählt, ich habe da noch so ein kleines 60 Milliarden Euro Sondervermögen, dann denken Sie wahrscheinlich, oh, der hat bestimmt irgendwas Tolles. Ein Hochhaus in Manhattan oder irgendwo noch eine Tankerflotte. Also irgendeinen Aktivposten, irgendwas mit Substanz, die man da eben noch in der Hinterhand hat. Aber das ist natürlich nicht so. Unsere Sondervermögen, die Sondervermögen von unserem Staat, das ist einfach nur nochmal ein extra Schuldentopf, ein extra Vehikel, mit dem man eben noch mehr Kredite aufnehmen kann. Und das dann aber eben vorbei an der Schuldengrenze, die ja vorgeschrieben ist im Grundgesetz. Und aus diesem Sondervermögen jetzt, da hätte die jetzige Bundesregierung eben die ganzen Späße bezahlen wollen. Ihre Klimaschutzmaßnahmen, die Elektroautoförderung, die Wasserstoffwirtschaft, Ausbau der Bahn und so weiter. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie die 15 Milliarden Euro Förderung für die Chipfabriken von Intel und Taiwan Semiconductor. Alles mehr oder weniger hintenrum, bis dann aber das Bundesverfassungsgericht gekommen ist am 15. November und dann gesagt hat, nö, ist nicht. Und damit war dann aber natürlich die Kacke am Dampfen. Die 60 Milliarden Euro, die waren ja schon verplant und das Geld war dann aber weg. Die größte Haushaltskrise in der Geschichte der Bundesrepublik, haben viele geschrieben. Und viele haben aber auch geschrieben, dass die Ampel das wahrscheinlich gar nicht überlebt. Aber sie ist noch da und der neue Haushalt oder der Haushaltsentwurf, der ist jetzt auch da. Wer hätte das gedacht? Aber das, was dabei rausgekommen ist, das ist für die Wirtschaft und für die Bürger jetzt natürlich bitter. Es kann auch gar nicht anders sein bei so einem Haushaltsloch. Beim Bürgergeld zum Beispiel, da werden jetzt Erhöhungen zum Teil wieder zurückgenommen. Die Solarförderung wird gekürzt. Die Elektroautoförderung, die wird jetzt komplett gestrichen. Stichtag heute, also wer sich ein Elektroauto gekauft hat, weil er sich auf diese Förderung verlassen hat. Und wer bis jetzt aber noch keine Zulassung bekommen hat, der hat einfach Pech gehabt. Die Bahnförderung wird massiv gestrichen um 12,5 Milliarden Euro. Die Bahn soll jetzt halt mehr von ihren Beteiligungen verkaufen dafür. Und für die Landwirtschaft und für die Forstwirtschaft, da wird jetzt zum Beispiel auch die Kfz-Steuerbefreiung und die Dieselsteuerbefreiung gestrichen. Und damit belastet man jetzt natürlich einen Sektor, stark überproportional einen Sektor, der sowieso schon ziemlich am Boden liegt. Und der Zuschuss für die Stromnetzentgelte wird gestrichen. Das klingt harmlos, aber dadurch steigen jetzt die Strompreise auch wieder. Das wird vor allem für die Unternehmen hart. Da rechnet man inzwischen für 2024 mit einem Strompreisanstieg von bis zu 20 Prozent. Und das in einer Zeit, wo die meisten Unternehmen ja sowieso schon Panik schieben wegen den hohen Energiepreisen. Und wo man sie eigentlich ja auch dazu bringen wollte, davon abgesehen, dass sie umsteigen von fossiler Energie auf Strom. Und gleichzeitig fällt aber die Strom- und Gaspreisbremse jetzt weg. Die Mehrwertsteuersenkung auf Gas fällt weg. Der CO2-Preis für Benzin steigt stärker als vorher angekündigt. Und es gibt eine Kerosinsteuer auch auf innerdeutsche Flüge. Aber das Klimageld, mit dem man das alles ausgleichen wollte, das gibt es nach wie vor nicht. Immerhin das Dienstwagenprivileg bleibt. Gott sei Dank. Das ist jetzt natürlich schon alles ganz schön hart. Aber was sagt uns das jetzt noch drüber hinaus? Es sagt uns erstens mal, was von den ganzen Wohltaten und von den ganzen Leistungen der Bundesregierung in der Vergangenheit. Jetzt, wo das Sondervermögen weg ist. Es ist so gut wie nichts mehr da. Zweitens Klimapolitik. Da haben sich ja viele einiges versprochen von der Ampelregierung, dass die jetzt eben eine besonders entschlossene Klimapolitik macht. Aber gerade da ist jetzt einfach auch wieder viel wieder weg. Elektroautos, Solar, Bahn und so weiter. Und das, was neu dazu kommt jetzt an Klimapolitik, das sind jetzt Belastungen für die Bürger. Das heißt, die Zeit von dieser ganzen Wohlfühl-Klimapolitik, die wir gehabt haben, wo man noch gesagt hat, euch geht es doch trotzdem gut jetzt. Das zahlen wir doch alles aus dem Sondervermögen. Das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man plötzlich offen sagen, dass das eben Belastungen sind dadurch, dass das Geld kostet, Geld, das woanders auch fehlt, sodass wir jetzt möglicherweise nochmal eine ganz andere Debatte kriegen über die Klimapolitik, wo auch die Frage ist, ob da jetzt der Widerstand vielleicht doch nochmal stärker steigt. Und drittens, die Frage, die natürlich am weitesten geht. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich als Land? Deutschland wird jetzt natürlich nicht untergehen wegen diesem neuen Haushalt. Wir sind hier ja jetzt alle Kummer gewohnt. Aber trotzdem, wo stehen wir, wenn in dem Moment, in dem man der Regierung ihren Schattenhaushalt wegnimmt, dass sie dann feststellt eben, dass sie eigentlich keinen großartigen Handlungsspielraum mehr hat und dass sie das, was sie angekündigt hat, jetzt doch zu einem großen Teil auch wieder zurücknehmen muss. Denn eins ist klar, in dem Moment, wo die Regierung plötzlich einen verfassungskonformen Haushalt vorlegen muss, da fällt es plötzlich jedem wie Schuppen von den Augen und jeder kann es eben auch sehen. Das Geld ist nicht da. Insofern ist das jetzt schon auch ein Realitätsschock. Es ist geredet worden in den letzten Jahren über tausende von Sachen und es ist ja auch einiges gemacht worden oder es ist wenigstens einiges versprochen worden auch. Aber das Geld dafür hätte eben aus einem Schattenhaushalt kommen sollen. Und jetzt, wo das einfach nicht mehr so geht, da sehen wir plötzlich, was wirklich noch möglich ist, nämlich nicht mehr besonders viel. Die Antwort auf dieses große Problem, die ist natürlich für viele jetzt schon klar. Der Staat braucht einfach mehr Geld. Also holen wir uns das Geld doch endlich mal von den Gutverdienern und außerdem weg mit dieser verdammten Schuldenbremse. Deutschland muss mehr Schulden machen, wir haben ja noch so viel auf dem Zettel. Und ich habe hier vor ein paar Monaten ein Video gemacht zu dem Thema, damals als sogar ja der IWF gesagt hat, Deutschland sollte doch ein bisschen mehr Schulden machen. Mein Standpunkt damals war, Deutschland sollte das nicht tun und dass es abgesehen davon ja sowieso schon viel mehr Schulden macht, als es offiziell dürfte. Und ich habe da auch gesagt, dass Deutschland kein Einnahmenproblem hat, sondern dass Deutschland ein großes Ausgabenproblem hat. Das hier sind die Einnahmen, die Steuereinnahmen der letzten Jahrzehnte, die sind durchgehend stark gestiegen, genauso wie die Wirtschaftsleistung auch. Und die Staatsquote liegt eben jetzt bei knapp unter 50 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte von der Wirtschaftsleistung, die hier erwirtschaftet wird, nimmt der Staat den Bürgern ja sowieso schon weg. Und irgendwann kommt man einfach an den Punkt bei der Staatsquote, wo eine hohe Staatsquote das Wachstum auch wirklich abwirkt. Ich tue Ihnen den Link auf das Video hier unter dem Beitrag nochmal. Offiziell ist Deutschland ein grundsolides Land mit einer Verschuldung von 65 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Die ist die letzten Jahre auch meistens runtergegangen. Das ist kurz unterbrochen worden durch die Corona-Krise 2020 natürlich. Aber auch das ist dann schnell wieder eingefangen worden. Vermeintlich. Tatsächlich sind aber die Schulden durch diese ganzen Notkredite und durch die Sondervermögen seit 2020 um fast 60 Prozent gestiegen in drei Jahren. Die Grafik hier ist vom Handelsblatt auf Basis der Daten vom Bundesrechnungshof. Der hat schon lang vor diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht gewarnt. Er hat gewarnt vor einem Kontrollverlust und dass der Bund die letzten Handlungsspielräume verlieren wird in den nächsten Jahren. Und das hat sich jetzt ja auch bestätigt schon mal. Es ist eben nicht die Zeit für noch mehr Schulden. Mal abgesehen davon, dass die Schuldengrenze ja rechtlich binden ist. Genauso wie eigentlich ja auch der Maastricht-Vertrag. Hahaha. Maastricht-Vertrag, der Running Gag. Das ist natürlich immer wieder ein Brüller. Aber davon mal abgesehen. Die Zinsen sind jetzt höher. Die Nullzinspolitik der Notenbanken ist vorbei. Das heißt, Deutschland muss auf seine Schulden jetzt viel mehr Zinsen zahlen als früher. Letztes Jahr, da war die Zinsausgabenquote, also der Anteil von den Zinsen an den Gesamtstaatsausgaben, noch bei 3,2 Prozent. Dieses Jahr ist er schon bei 8,5 Prozent. Also mehr als das Zweieinhalbfache. Und außerdem haben wir ja noch ein Demografie-Problem. Das heißt, die Belastungen, die da sind, die werden ja sowieso höher werden die nächsten Jahre. Und wir haben natürlich auch noch ein paar wirtschaftliche Herausforderungen. Wenn man Geldsorgen hat, das weiß natürlich jeder, dann ist die naheliegende Lösung, die einem als erstes einfällt, immer mehr Geld. Auch wenn man es vielleicht ganz genau wüsste, irgendwas stimmt möglicherweise auch nicht mit meinen Einnahmen und mit meinen Ausgaben. Auch das müsste man vielleicht mal angehen. Und die Entscheidung jetzt vom Bundesverfassungsgericht, das wäre eigentlich eine wunderbare Chance für die Regierung, dass man sagt, wir haben es verstanden. Und wir schauen uns jetzt zum Beispiel auch mal genau an, warum fast alles, was der Staat in die Hand nimmt, warum das fast immer derart aus dem Ruder läuft und dass da immer derart die Kosten explodieren. Auch Flughäfen, Bauprojekte, die Bahn, die Bundeswehr, das Gesundheitssystem und so weiter. Dass man da mal rangeht, bevor man immer nach noch mehr Geld ruft. Und es wäre auch eine wunderbare Gelegenheit, dass der Staat auch endlich mal Prioritäten setzt und sich auch klar macht, es geht nicht alles, sondern man muss einfach auch mal irgendwo Abstriche machen, weil sonst irgendwann mal eben gar nichts mehr geht. Und Abstriche, das hat die Ampel bei diesem Haushalt jetzt auch gemacht. Das muss man ihr auch mal zugutehalten. Aber wir brauchen darüber natürlich auch mal eine grundsätzliche Debatte. Bei uns ist Politik immer noch ein Wettrennen, wer noch mehr machen will und wer den Leuten noch mehr auch verspricht. Aber hintenrum zieht man das dann den Leuten wieder aus der Tasche dann. Oder man türmt Schuldentürme auf und damit Wohlstandsillusionen natürlich, die einem dann irgendwann mal aber wieder auf die Füße fallen können. Aber leider im Moment lernt wohl keiner draus. 2023 wird der vierte Haushalt in Folge sein, in dem die Schuldengrenze nicht eingehalten wird. Und für nächstes Jahr gibt es jetzt auch schon wieder eine super Idee, warum man da auch wieder eine Notlage erklären könnte. Nämlich die Flutkatastrophe im Ahrtal. Man höre und staune. Natürlich war das eine Katastrophe, aber eigentlich geht es da nur um Hilfen von 1,6 Milliarden Euro. Und es war außerdem schon 2021. Aber egal, Hauptsache man kann damit das alles nochmal aushebeln. Und abgesehen davon, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch nur gesagt, man darf die Covid-Kredite nicht in das andere Sondervermögen packen. Aber das heißt ja nicht, dass man gar kein Sondervermögen mehr haben darf. Und genau das soll Robert Habeck neulich im kleinen Kreis auch schon angedeutet haben. Einfach nochmal neues Sondervermögen, das kommen soll. Und damit wäre dann ja alles auch schon wieder gebongt. Deutschland hat inzwischen 29 Sondervermögen. Da kommt es jetzt auf Nummer 30 ja auch nicht mehr an. Und wenn die Union findet, das sei alles nur billige Trickserei. Auch die Länder bei uns haben zum Teil Sondervermögen. Unter anderem eben auch unionsregierte Bundesländer, so wie Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Und in Sachsen-Anhalt, da hat die schwarz-rot-gelbe Regierung gerade auch eine Notlage festgestellt. Rückenwirkend für den Haushalt 2023, aber auch schon mal sicherheitshalber für 2024. Wegen der Covid-Pandemie. Auch das kommt natürlich ein bisschen spät jetzt und ist inzwischen auch ein bisschen umstritten. Aber so wie bei allem in die Richtung, da wird sich der Unmut im Volk doch wahrscheinlich dann am Ende in Grenzen halten. Hauptsache die Kohle fließt. Ich habe meinen Unmut jetzt hier mal ausgedrückt und ihm Ausdruck verliehen. Jetzt sind Sie dran. Aber vielleicht haben Sie ja auch eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Lassen Sie uns das hier wissen in den Kommentaren. Und nicht vergessen, den Kanal kann man immer noch abonnieren. Es ist nie zu spät dafür. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.